Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Age of Mythologie. Ja, es hat ja jetzt ein bisschen gedauert, bis ich jetzt wieder neue Videos gebracht habe. Aber ich muss echt sagen... Oh Gott. Moment. So. Es hat ja wirklich eine Weile gedauert, bis ich jetzt neue Videos gebracht habe, aber... Ich hatte auch ein paar Probleme mit meinem Computer. Technische Probleme. Kommt vor. Aber jetzt bin ich ja zurück. An der Stelle, wo es gestockt hat. Übrigens, der Grund, warum es gestockt hat, der war ja auch hart. Und der Grund bestand nicht darin... Der Grund bestand ernsthaft darin, dass ich... zu wenig Speicher auf meinem PC hatte. Ja, kann passieren. Aber jetzt legen wir gleich mal los. Und wir wandern natürlich weiter. Und es hängt nicht... Es stockt nicht gar nichts. Oh, toll. Das war so übelst unnötig, ey. Und da los. Ich müsste auch schauen, dass ich diese Schatten... Okay. Dass ich diese Schatten nicht verliere. Das wäre doch nicht... Das wäre doch nicht... Du und ich. Oh Gott, ey. Ich finde es schon extrem hart, dass ich hier jetzt wirklich... fast alles verliere. Ein Gewittersturm haben wir bekommen. Das zahlt nicht doch schon mal gut an. Ja, das Spiel läuft auch deutlich flüssiger. Ich muss sagen, ich habe hier ja eigentlich schon... mehr erreicht, als ich jetzt gerade mache. S. Nein, 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 nein... Ja, so geht's auch. Wir sind ja jetzt schon wirklich fast am Ende. Wull, wull. Prost, Recher, ne, ersto, mal ist es. Prost, Steig, ma. Arrr, wie viel, wie viel dich hier noch kommt? Prost, Steig? Prost, Steig? Ah! Oh, nein! Prost, Steig, ma. Eti, wull, um. Kallows, kallows. Oh! Ettimus, wull, um, eh. ach du heilige also hier geht es richtig runter ach echt jetzt oh gott okay okay ich muss mal zurück rennen weil wir haben eins von diesen dingern vergessen von diesen relikten die liegen ja jetzt eine müsste doch hier hinten rumliegen wenn man dieser karte glauben kann hallo ich glaube ich bin blind also laut dieser karte ist daher eingezeichnet das ist relativ scheiße die schatten erst als die schatten kabel habe ich es gesehen okay gut zu wissen die sind halt so lahmarschig heute hopp hopp die schatten die schatten die schatten so unsere aufgabe ist erledigt die reliquien sind wieder an ihrem platz ja geschafft nach langer langer zeit und wieder ein video die götter waren schon früher mit euch vielleicht wird einer von ihnen jetzt auch helfen wenn ihr sie bittet gut dass in einem von ihnen poseidon verehrt wird es hat keinen sinn warum antwortet poseidon nicht vielleicht ist euch ein anderer gesonnen was ist mit zeus was spielt was spielt hattest warum er nicht wir alle geht schnell ok wenn du den atlanta getötet hättest als er dir den dreizack abnahm hätten wir das auch gekonnt was wenn aus der unterwelt entkommt was schon er wird keine armee ausheben und sie nach ägypten führen bevor ich den altvorderen befreit habe was ist mit den ägyptischen göttern einzig osiris würde gegen uns stehen und kämpft behauptet dass sie sich um ihn gekümmert hat ausgezeichnet selbst wenn er kann das aus der ebers entkommt wird er mir nicht noch einmal entgehen das wäre besser für ihn poseidon wünscht seine söhne wieder an die macht kein atlanter wird ihn aufhalten seine söhne ok next szenario ägypten ok ihr habt also keine ahnung wo wir sind admiral was tut ihr hier wir haben uns verletzt und pech habt ihr auch noch ich bin amandra haltet eure männer bereit wir müssen dieses gebiet verteidigen verteidigen gegen was diese oase birgt noch andere schätze außer wasser einer lique liegt hier vergraben und meine feinde sind unterwegs sie mir zu stehlen was haben wir damit zu schaffen seht euch um diese schluchten sind die einzigen zugänge zu dieser oase benutzt sie und ihr lauft den anhänger von seht in die arme entweder ihr sterbt dort oder ihr kämpft mit mir hier äh ihr habt die dame gehört verstärkt die befestigungen und bereitet den angriff vor ja gut ok also ressourcen haben wir so gesehen keine wir können uns hier aber ressourcen kaufen und unsere dorfbewohner können bauen wir müssen diese welle solange wie möglich halten ja machen wir keine panik äh da kommen sie das die jetzt halt darüber springen ist natürlich schon scheiße nicht aber also ich habe das fleisch hier abgehitten da ja ich bin 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 Wenn man es genau nimmt, ist er jetzt ziemlich nützlos, ne? Tempel können wir keine bauen. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, Arsch. Ich frage mich, was da jetzt sein soll. Weil das heißt ja, wenn man da nach hinten, wenn ich jetzt da nach hinten laufen würde, würde ich seht, direkt in die Arme laufen, ne? Von dem her. Das sind so übelst lange Alarmarsche, gehe. Nein, 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 nein! Da liegt noch ein Zebra, ein schon totes Zebra, von dem her. Ja, Holz. Holz ist halt so Mangelware hier, ne? Ja. Oh Gott! Gut. Machen wir hier auch mal auf, damit erkannt, dass sie auch rausmarschieren kann. Wenn es notwendig ist. So, da muss ich mir merken, wenn ich das nächste Mal Holz mache und dann, ähm, Holz habe, sollte ich hier das entwickeln. Oh, das kommt jetzt gleich. Ah. Griech, Dario. Englisch. Geschehen. Anwitz. In ano, ich hab mit dabei eine Idee. Anwitz. Sehr Zeit. Intensiver. Super! E-N-I-T-O 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 Läuft jetzt nicht ganz so, wie ich es wollte, aber... Passt schon. E-N-I-T-O E-N-I-T-O Unser Turmisch gefallen! Wir brauchen jemanden, der den Turm repariert. E-N-I-T-O 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 Jetzt schon! E-N-I-T-O 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 Die können heilen. Das ist immer toll. Das finde ich toll bei den Ägyptern, deren Häuser kosten nichts. Aber nicht nur die Häuser sind kostenlos. Toll. Weil auch das Bergeweiterlager, das Holzfällerlager und der Kornspeicher kosten bei den Ägyptern nichts. So, du hilfst jetzt am besten. Das sind vier Holz. So, jetzt haben wir vier Leute, die Holz machen. Hier und der eine und wir haben fünf Leute, die Gold machen. Wow, bye. Hast du, I, L? E, U, Refer? E, U, Refer? No? No? So, jetzt gab es gerade. Ach, du heilige Scheiße. Weg, 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 weg. Super, weiter, super. In a dead, into you, at you. In a dead, into you, at you. He need to, in which, Greg, noob. Greg, U, I, R. U, I, R. So, der baut schon weiter die Häuschen hier. Und das natürlich auch, aber erst mal die Häuser. Es ist das Wichtigste, dass diese Häuser hier gebaut werden. Was wir auch noch brauchen, ist da hinten ein paar Kämpfer. Ja, Schneiderer, wenn wir was anderes haben wollen, ich. Könntet ihr mal kurz helfen, bitte? Ich kriege jetzt halt gerade ganz kurz mal kein Holz, aber passt. Gereck. Okay, das ist jetzt. Gereck, hopp, 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 hopp. Into you. So, meine Zeit ist auch schon wieder vorbei. So, meine Zeit ist auch schon wieder vorbei. So, meine Zeit ist auch schon wieder vorbei. Ach, läuft ja. Die Ägypter an sich sind allesamt sehr kostengünstig. Mehr oder weniger. Okay. Mach weiter hier. Brauch ich. Ja. 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 Du regenerierst dich ja so oder so, weil du bist ja ein Held. So, die drei hier sind scheinbar wirklich fertig. Dann bin ich immer gespannt, was es hier noch so gibt. So. Ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwo ja noch Essen oder sowas. Hier zum Beispiel ist ein linken Pferd, das kann man essen. Ah, Hafen kann ich auch nicht bauen. Ich hätte jetzt gesagt, ich lasse hier ein paar Schiffe fahren. Dich brauchen wir. Du bist sehr, sehr wichtig für uns. Super. Oh, wirklich. Oh, du geh schon mal da nach hinten. Halt, 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 halt. Und dann kann ich den Aschtochholz abgeben. Und E4 macht hier Holz. Und den anderen schicken wir dann gleich noch hier noch in sich. Oh, wie toll. Es scheint sogar noch die Mauer geschrottet worden. Ich halte es nicht aus. 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 E3? E4? Da. Da nach hinten. E3? E4? 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 So, auf die Art. Wir scheißen drauf, dass wir hier etwas Größeres aufbauen. So, aber mit ihm hier müssen wir gerade noch schnell die Mauer hier reparieren. So, wir schauen jetzt gerade noch schnell, dass wir das Ding da ausgegraben bekommen. Sollte ja relativ schnell gehen, hoffe ich doch mal. Ja, Holz haben wir halt keines mehr. Ja, ne. Ring. Du bist hier. In die Welt. Aber das kriegen wir jetzt noch schnell hin. Ich baue jetzt halt wirklich keinen großen Stützpunkt mehr auf. Das hat jetzt ehrlich gesagt... So. Hier noch ein paar Sperrkämpfer hinten. Da hinten sind ja... Scheinbar genug meiner. So. gehe jetzt nochmal. Ja, richtig. Wir kommen sie schon wieder. So, das kommt gleich zum Vorschein. Ist das ein Schwert oder sowas? Ja, scheint sowas ähnliches wie ein Schwert zu sein. Gut. Ich mache dann mal Schluss für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Let's Play Age of Mythologie. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss!